Hi und willkommen zu einem weiteren Video von mir aus der Kategorie Neues bei YouTube und zwar habe ich heute eine neue Funktion entdeckt, die eigentlich keine neue Funktion ist, weil sie für Partner-Channel schon aktiv war, also alle die Partner bei YouTube waren, konnten diese Funktion vorher schon nutzen und diese geht jetzt auch für normale User, also auch für mich. Um diese zu aktivieren, klickt ihr bei Kanal bearbeiten auf Module und aktiviert andere Kanäle. Mit einem Klick auf Änderung speichern wird der Kanal aktualisiert und wir gucken mal was sich verändert hat, direkt ganz hier oben andere Kanäle. Klicke oben auf Bearbeiten, um Kanäle einzugeben, zu denen eine Verknüpfung erstellt werden soll. Das machen wir mal, bearbeiten. Hier kann man jetzt einen Titel vergeben, also andere Kanäle kann man umbenennen. Ich lasse es jetzt erstmal so. Bitte liste 16 Zielkanäle in der Reihenfolge auf, in der sie in deinem Kanal angezeigt werden sollen. Wenn du keine Liste eingibst, wird dieses Feld nicht in deinem Kanal angezeigt. So, also ich kann hier jetzt bis zu 16 Kanäle reinschreiben, die dann angezeigt werden sollen. Ich nehme jetzt als Beispiel nur mal einen, und zwar meinen Zweitkanal. Speedup Music 09, klicke auf Änderung speichern und sofort wird er mir hier angezeigt. Wenn ihr den hier auf der rechten Seite habt, in dem breiteren Feld, wird hier das Profillogo links angezeigt. Dann hier nicht der Kanalname, sondern das, was man unten drunter schreibt. Das heißt bei mir, ja da habe ich nichts stehen, aber was man hier unten reinschreibt, wird dann hier angezeigt. Und hier wird dann ein Teil von der Kanalbeschreibung angezeigt. Und Videos, Kanalaufrufe und Abonnenten. Wenn ihr das Ganze nach links verschiebt, das müsste dann direkt unter der Kanalbeschreibung sein. Ja, hier ganz unten ist es. Dann wird nur noch der Kanalname und Videos, Kanalaufrufe, Abonnenten angezeigt. Also, Unterschied zu dem hier. Hier wird nicht der Kanalname angezeigt, sondern nur das, was unten drunter steht. Und die Kanalinfos. Also, wir gehen jetzt mal auf den Kanal, um euch das hier zu zeigen. Das hier, was ich hier reingeschrieben habe, Welcome to Speedup Music 09. Das wird dann da angezeigt. Ansonsten nur das hier. Und ein Teil von der Kanalbeschreibung. So, gehen wir wieder zurück. Also, hier werden dann die Videos, also die hochgeladenen Videos von dem Kanal, die Kanalaufrufe und die Abonnenten angezeigt. Und das ist eigentlich eine coole Funktion. Die ging natürlich schon vorher, wie ich schon gesagt habe, bei Partnerchanneln. Und das ist jetzt eigentlich positiv, was ich finde von YouTube, dass sie das so gemacht haben, dass es jetzt auch für normale User möglich ist. Und ich werde das wahrscheinlich auch benutzen. Ich mache das jetzt erstmal wieder weg. Also, ich bearbeite das hier. Lösche alles. Änderungen speichern. Module. Mach andere Kanäle weg. Und schon ist es wieder weg. Das werde ich mir dann überlegen, was ich da alles reinschreibe. Vielleicht lasse ich ja auch ein, zwei Felder frei für irgendwelche YouTuber, die mir dann irgendwelche, was weiß ich, keine Ahnung. Ich lasse auf jeden Fall welche frei. Also, die Möglichkeit gäbe es dann, dass ich euch dann auch reinschreibe. Das sind wir zur Info. Ansonsten war es das von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Ansehen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt mir in den Kommentaren, was ich besser machen könnte und was ich noch für Videos machen könnte. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.